Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Ja, ich bin hier auf dem Weg nach Berlin. Es gibt einen politischen Beitrag, also wenn ich nach Berlin so gefahren bin, das geht immer um Politik. Morgen früh, schon um 8 Uhr, werde ich live für euch senden. Es ist ein spannendes Thema, ein sehr aktuelles Thema. Ich wurde da eingeladen und ja, habe ich sofort so gesagt. Ich würde sagen, dass ein Jahrhund, das begleitet und das vielleicht andere Leute gibt. Jetzt in Spanisch. Hallo, liebe Freunde, ich bin auf dem Weg nach Berlin, wo ich werde, morgen früh, um 8 Uhr zu verabschieden. Es ist toll, wenn Sie dieses Video hier auch, wenn Sie da, wenn Sie da. Und, ja, es ist ein Thema politischer und es ist auch sehr aktuelles Thema. Wir sehen uns morgen, ich hoffe, dass Sie uns sehen. Und ein Saludo an die Obra, schöne Grüße an dieser Artistische Stelle, von Marco Witte da in Göttingen, Strom ist Leben, an Magiebers da in der Gronert Tor 24, oder Gronert Tor 20. Danke, er hat immer meine Handys so auf dem Laufenden. Und, ja, dann bis morgen. Ciao. Ciao.